Wirklich ein süßer kleiner Kerl. Haben Sie schon jemals ein schöneres Baby gesehen? Ja, meins. Wie soll er denn heißen? Wir sind uns doch nicht ganz einig. Ich bin für Hubertus Ignatius Clemens Maria. Ach so. Wollen Sie nicht noch zwei Namen ranhängen? Finden Sie. Meine Frau ist auch zu kurz. Sie möchte noch Emanuel Knut Peter Rüdiger. Schön. Ihre Frau ist ja gleich fertig. Ich finde, Sie sollten das dann in Ruhe mit ihr ausdiskutieren. Alles okay. Sie können reinkommen.